... der diese Sprungstapel kam gestern Abend in der Premiere. Warum sind wir noch dahin? Warum sind wir noch? Macht ihr alle eine Rolle, die Leute sind in der Mitte. Der Lenkungsdämpfer eingedreht. Schaut auf die Uhr! Yes! Da macht der Befehl! Kamuhr! Wiederkommen! Es geht los! Ich gehe durch! Ich gehe durch! Ich gehe durch! Ich gehe durch! Wie vor Ort war heute! Schmessl-Bolt! Das heißt, nicht immer den Ball gedreht! Gar nicht! Alle Leute haben überhaupt nicht gerechnet! Der macht hier! Ja, was macht der 3,60? Der Lenknecht! 3,60? Das sind viele Punkte! 6 Seconds zum Go! Für alles abgemacht! Alles abgemacht! Das sind viele Punkte! 1,5! 3,60 Uhr! Das ist schon mal! 5,6 Uhr! 3,60 Uhr! Das ist schon mal! 3,60 Uhr! 5,6 Uhr! 5,6 Uhr! Vielen Dank.